Was hast du gerade gesagt? Die rechte Hand auf dem Hosen-Schlitz. Das sieht dumm aus. Oh, ein riesiger Schuh, Gaudi. Komm, wir versuchen den mal wegzuschieben. Geht nicht. Dann müssen wir wieder umdrehen. Wir waren in dem Schuh drin. Was spielt ihr denn da mit meinem Schuh rum? Na wartet, euch zeige ich's. Komm, Lukas, hier lang. Lass mich verletzen. Möingen. Das ist ein Riesenknecht. Das ist ein Riesenknecht.